Hi, einen wunderschönen guten Morgen und hier ein kleines Update. Ja, was gibt's Neues? Ich möchte gerne einen Workshop durchführen in Hamburg-Eimsbüttel im Fotoatelier zum Thema Licht. Geplant ist es, das mit vier Fotografen durchzuziehen. Also wir treffen uns zu viert. Die Anforderungen sind, du solltest dich grundsätzlich schon vertraut mit deiner Kamera sein, du solltest manuell fotografieren können und dass die Kamera nicht der Schwerpunkt ist, sondern dass wir uns explizit um das Thema Licht kümmern können. Wir arbeiten mit Fensterlicht und wir arbeiten auch mit künstlichem Licht, setzen dieses künstliche Licht jedoch eher so ein, dass es auch wie ein Fenster wirkt, wie eine natürliche Lichtquelle. Also wir nutzen eine große Lichtquelle, wir arbeiten mit einer großen Softbox und mit Fensterlicht. Und ja, die Softbox wird mit einem Dauerlicht ausgeleuchtet. Ich bin ein Fan von Dauerlicht. So haben wir es also nicht mit Blitzlicht zu tun, sondern ja, mit Dauerlicht und mit Fensterlicht, Available Light sozusagen. Also natürliches Licht und was können wir da machen und wie können wir mit dem Licht modulieren bei der Portraitfotografie. Okay, ich freue mich auf den Austausch. Der Workshop ist geplant mit maximal vier Teilnehmern, sodass wir sehr intensiv arbeiten können, dass wir uns auch sehr intensiv austauschen können. Und wir haben auch ein Model. Ich stelle kurz vor, Britta. Ich freue mich, dass Britta mit dabei ist. Ich habe schon des öfteren Fotos mit Britta gemacht und ja, ich bin immer wieder begeistert. Der Workshop findet in Hamburg-Eimsbüttel statt und ja, sobald wir die vier Teilnehmer zusammen haben, erstelle ich eine Gruppe, einen Verteiler. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, per WhatsApp oder wenn alle WhatsApp haben oder aber auch per E-Mail. Der Vorteil ist, wir sind dann in dieser Gruppe, können uns auch im Nachgang noch austauschen und können so eine kleine Community aufbauen. Das ist der Gedanke dahinter. Ja, der Workshop wird vier, fünf Stunden dauern. So ist das erstmal geplant und findet in Hamburg-Eimsbüttel im Fotoatelier statt. Je nachdem, wie die aktuelle Situation ist, denke ich, wird das mit vier Teilnehmern auch möglich sein. Die Alternative wäre, wir machen das Ganze draußen und dann halt mit reichlich Abstand. Wenn du Interesse an dem Fotoporträt-Workshop zum Thema Licht hast, schreib mir doch bitte eine E-Mail oder eine WhatsApp oder ja, du könntest auch anrufen. Die Kontaktdaten sind auf meiner Webseite verlinkt. Du könntest mir auch über Instagram schreiben. So hast du viele Kontaktmöglichkeiten. Ich freue mich, wenn du interessiert bist, nehme ich dich in diesem Verteiler mit auf und wir gucken, dass wir dann einen Termin finden. Ich freue mich riesig zum Workshop mit dir und es geht um Licht, Licht und Licht. Melde dich, wenn du Interesse hast und dabei sein möchtest. Bis dann. Tschüss.